Moin Leute, ihr seid auf der Suche nach einem neuen Tauchcomputer oder wollt wissen, wo die Unterschiede sind? Dafür habe ich euch heute ein bisschen was mitgebracht. Lasst uns darüber schnacken, los geht's! Dafür habe ich euch heute die unterschiedlichen Tauchcomputer von Sharewater mitgebracht. A. Ihr bekommt einen Überblick über die verschiedensten Tauchcomputer und auch in die Produktreihe von Sharewater. Fangen wir an mit dem Teric. Das ist ein Tauchcomputer im Uhrenformat. Klassisch, ein Tauchcomputer im Uhrenformat finde ich eigentlich extrem gut, wenn man sie auch als Uhr trägt. Wenn man sagt, ich bin irgendwo im Ausland beruflich als Tauchlehrer und habe immer meinen Tauchcomputer bei mir oder man möchte auch immer seinen Tauchcomputer bei sich haben, finde ich das in einem Uhrenformat genial. Ich habe ihn jetzt lange in Kroatien getestet, fand es einfach extrem gut abzulesen. Man hat ihn extrem weit vorne, hat ein extrem gutes Display und hat alles, was ein Tauchcomputer können muss. Auch die komplette von Nitrox, Tremix, Reihe drin, alles mit drin, sodass wir hier einen vollwertigen Tremix-Rechner haben. Also Tauchcomputer im Uhrenformat eine Option. Kann man machen. Dann kommt die nächste Variante. Das ist so für die Leute, ich sag mal, in Richtung Sporttauchbereich oder anspruchsvolleren Sporttauchbereich. Hier haben wir einen Tauchcomputer, der komplett Nitrox-tauglich ist. Kann man auch im Gouch-Modus fahren. Gouch-Modus bedeutet, er zeigt mir nur Zeit, Tiefe an, Temperatur, aber rechnet für mich kein Dekompressionsmodell. Das haben wir hier mit dem Pergin. Auch ein extrem kleiner, handlicher Tauchcomputer, was ich auch sehr angenehm finde, wenn man so einen Tauchcomputer hat, der nicht zu groß ist, dass man ihn schön schmal hier auf der Seite hat. Gefällt mir extrem gut, dass man hier entweder mit so einem Armband rangehen kann oder man setzt das Ganze mit Bungees fest. Bungees finde ich ein bisschen angenehmer, so wie hier. Kann man sich schneller um den Arm legen, als hier mit so einem Band zu arbeiten. Deswegen beides möglich. Hier haben wir es aber so, dass wir ihn per Ladefunktion laden. Mit kontaktlosem Laden können wir einfach auflegen und so wird das Ganze geladen. Ich persönlich mag ganz gerne Batterien, weil ich gehöre zu den Leuten, die es gerne mal vergessen, seinen Tauchcomputer aufzuladen und bin froh, dass ich dann einfach mal schnell die Batterie tauschen kann. Das ist für mich so ein kleiner Nachteil, aber eigentlich kein Nachteil, wenn man einfach dran denkt. Das ist nur für mich ein Nachteil. Aber ein echt kleiner, handlicher Computer und liegt in einem super guten Preis-Leistungsverhältnis, wäre für mich so die Wahl, wenn man sagt, ich möchte einen super Tauchcomputer mit einem Farbdisplay. Gerade die meisten Tauchcomputer auf dem Markt haben noch nicht Farbdisplays. Der hier ist komplett mit einem Farbdisplay super ablesbar. Wäre für mich auf jeden Fall so die erste Wahl. Nächster Schritt, wenn wir doch ein bisschen anspruchsvoller tauchen, gerade in Richtung Mischgas tauchen mit Tremix, dann kommt man eigentlich nicht um den Perdix herum. Ist für mich ein Tauchcomputer auch super schön von der Bedienung, leicht ablesbar. Das muss man sagen, ist bei der Reihe von Sharewater extrem gut. Sie sind super einfach zu verstehen. Wie so ein Handy fässt man an, guckt einmal, wie es funktioniert und weiß plötzlich, wie das Menü ist. Und das ist genauso hier auch. Ein extrem leichtes Menü und vollwertiger Tauchcomputer mit Tremix. Es gibt den als ganz normal Perdix und dann auch als AI-Version. AI, dann kann ich ihn luftintegriert mit einem Sender. Verwende ich jetzt nicht, aber für die Leute, die es haben möchten, haben die Möglichkeit, hier bei der AI-Version noch einen Sender heranzusetzen. Auch da sind wieder die Unterschiede bei Tauchcomputern mit Sender, ohne Sender. Ich persönlich brauche es nicht. Auch hier kann ich wieder mit Bungee-Cords festmachen. Da ist für mich der große Vorteil, ich kann eine Batterie tauschen. Darauf achte ich immer, dass man eine Batterie rein- und raus setzen kann. Man kann auch hier eine schöne Displayfolie drauf machen auf die ganzen Computer, sodass sie vielleicht nicht so doll verkratzen. Und der letzte im Bunde, das ist so einen, den ich als erstes von Sharewater hatte. Das ist der Petrel, war einer mit der ersten Rechner. Hier hat man den Vorteil, gerade wenn man jetzt im Bereich CCR oder Rebreezer unterwegs ist und braucht einen Connector zum Sauerstoffsensor, hat man die Möglichkeit, hier über einen Fischerstecker, den man optional dazu buchen kann, dranlegen kann und kann dann einen Sauerstoffsensor anschließen für einen Rebreezer. Dafür wäre dann das Modell optimal. Ja, das ist so ein kleiner Überblick in die Tauchcomputerwelt von Sharewater. Nochmal kurze Zusammenfassung, Uhrenformat optimal für Leute, die sagen, ich möchte was Kompaktes, was ich auch mit an Freisen dabei habe, was ich immer am Handgelenk trage. Dann für das mittlere Segment, wo ich sage, ich habe jetzt schon Tauchcomputer mit einem LCD-Display, sodass sie schön ablesbar sind, leicht in der Bedienung, ganze ladbar über ein kontaktloses Laden, für mich nicht ganz so vorteilhaft, dann Petrel, die Variante Batterie, vollwertiger Tremix-Rechner, möglich auch luftintegriert und zum Schluss den Petrel, gerade im Bereich, wenn man einen Rebreezer hat und möchte einen O2-Sensor anschließen. Ja, das war das Überblick, Tauchcomputer. Wir gehen jetzt in den nächsten Videos auch mal wieder genauer auf die einzelnen Computer ein, schauen uns das Menü an, schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr was ganz Spezielles wissen wollt, dann schauen wir, dass wir darüber sprechen. Bis zum nächsten Mal.